Hier im Wald sind überall so kleine Bunker von den Kommunisten. Hier hinter dem Baum sieht man das da gleich. Die ganze Landschaft ist hier voll mit solchen Bunkeranlagen. Da oben am Waldrand auch noch mal. Und hier ist ein Denkmal des Kommunismus über den Sieg über die Deutschen. Oben der albanische Adler, die schönen Mützen mit den schönen Sternen drauf. Und hier der deutsche Stahlhelm M16 mit Gasmaskenbüchse auf dem Boden. Und da haben wir noch den Adler mit Hakenkreuz auf dem M16 Stahlhelm. Da haben wir alle gut aufgepasst.